Roboter in Hannover, Microtrenching in Bad Honef und die NASA auf dem Weg zum Mars. Willkommen beim golem.de-Wochenrückblick, mein Name ist Marc Sauter. Barack Obama, Roboter und Industrie 4.0. Wir sind auf der Hannover Messe gewesen, der größten Veranstaltung für Industrietechnik. Wer am ersten Tag auf die Messe wollte, stand erst einmal vor Absperrgittern. Größere Bereiche des Geländes waren abgesperrt, als Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Obama die Messe besuchten. Industrie 4.0, die Digitalisierung der Produktion, war auch in diesem Jahr wieder das Leitthema. Neben Robotern und einer Modellfertigungsstraße aus cyberphysischen Systemen der Initiative Smart Factory gab es auch weniger auffällige Produkte zu sehen. Etwa einen robotischen Greifer aus Gummi, den Soft Robotics, eine Ausgründung der Harvard Universität, entwickelt hat. Auf dem Programm stand aber nicht nur Industrie. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hat einen neuen Weltraumroboter vorgestellt. Der bisherige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Schindler, wird abgelöst. Offenbar traut ihm die Regierung nicht zu, die Reformen des Geheimdienstes durchzuführen. Sein Nachfolger wird der Jurist Bruno Kahl, ein enger Vertrauter von Finanzminister Schäuble. Apples über 13 Jahre dauernde Wachstumsphase ist unterbrochen. Umsatz, Gewinn und iPhone-Absatz sind gefallen. Trotzdem meldete der Konzern einen Quartalsgewinn von 10,5 Milliarden US-Dollar. Die Telekom hat einen Bürgermeister gefunden, der dem Unternehmen Microtrenching gestattet. Er war früher Telekom-Manager. Am Dienstag begann das Pilotprojekt in Bad Honef in Nordrhein-Westfalen. Wir waren dabei. Beim Microtrenching wird mit einer Diamantfräse eine Nut von zwei bis sechs Zentimetern Breite und etwa zehn bis 25 Zentimetern Tiefe in den Bürgersteig oder in die Straße gefräst und ein schmales Leerrohr verlegt. Mit dem Verfahren soll Glasfaser schnell und billig zum grauen Kasten gelegt werden. Und das ohne Schäden an Bürgersteig und Straße und aufwändigen Tiefbau. Wir wissen nicht genau, was NX ist, aber wir wissen, wann es erscheint. Nintendo hat es für den März 2017 offiziell angekündigt. Mit kleinen Kram gibt sich ein Mark Zuckerberg nicht mehr ab. Bei der Präsentation von Geschäftszahlen hat der Facebook-Chef angekündigt, mit dafür zu sorgen, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts alle Krankheiten heilen können. Auch um den Klimawandel will Zuckerberg sich kümmern. Das nötige Kleingeld hat er. Allein im letzten Quartal hat Facebook rund 1,5 Milliarden US-Dollar verdient. Dreimal so viel wie im Vorjahresquartal. Intel-Chef Brian Krasanich hat fünf Säulen verkündet, auf die das Unternehmen künftig bauen möchte. Server-CPUs und FPGAs, das Internet der Dinge sowie 5G-Mobilfunk und Moore's Law. Wer eine versteckte Kamera in einem Tarangehäuse benutzt, muss sie vernichten. Jedenfalls, wenn sie über eine WLAN-Verbindung verfügt. Das hat die Bundesnetzagentur entschieden. Wer ein entsprechendes Gerät hat, muss einen Entsorgungsnachweis erbringen. Im bayerischen Kernkraftwerk Gund-Remmingen ist bei einer Routinekontrolle Schadsoftware entdeckt worden. Die seit Jahren bekannten Computerwürmer Remnit und Configure. Offenbar wurde das System über Datenträger infiziert, denn es soll nicht mit dem Internet verbunden gewesen sein. Eine Gefahr für den Betrieb des Kernkraftwerks gab es laut Betreiber RWE nicht. Werbung bei YouTube gibt es jetzt auch in kurz. Dafür kann sie nicht mehr übersprungen werden. Google bezeichnet die sechs Sekunden langen Clips als Haiku-Format. Die neue Werbung soll sich vor allem an Smartphone-Nutzer richten. Schneller zum Mars. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat den Bau eines neuartigen Triebwerks in Auftrag gegeben, das künftige Raumfahrzeuge auf dem Weg zu anderen Planeten in unserem Sonnensystem antreiben soll. Das Raumfahrtunternehmen Aerojet Rocket Dine soll ein Ionentriebwerk entwickeln, das etwa die zehnfache Leistung bisheriger Triebwerke dieser Bauart hat. Ein Ionentriebwerk erzeugt Rückstoß, indem es geladene Gasteilchen durch elektrische Felder beschleunigt und ausstößt. Die Technik wurde beim letzten Flug des experimentellen Raumfahrzeugs X-37B getestet. Das war's vom golem.de Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal.